ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von MOTOFUCHI ja heute bin ich mal unterwegs ohne koffer wie ihr sehen könnt jetzt könnt ihr mal sehen ich werde nachher noch ein paar fotos machen hoffentlich wie das ohne koffer aussieht ist relativ es sieht relativ clean aus ja wie ihr seht und überall sieht man die ganzen tatzen der der katze immer noch ich nehme ein stückchen auf ich fahre mal zu meinem einen fotospot und werde ein paar fotos ohne koffer machen damit ihr mal seht wie der travel pack aussieht ohne travel so wir sind jetzt hier in michas und ich fahre jetzt zu meinem einen spot mal sehen kommt hier was ich sehe nix wir fahren mal kurz durch michas durch kann ich da hinten fahren das jetzt ein bisschen zu kompliziert da kann ich nicht lang fahren müssen wir einen kleinen umweg machen hier kleinen umweg durch michas so das kopfstein pflaster das geht er erstaunlich gut hier leute wenn ich das jetzt gerade mal vergleiche mit meinem weiß ich was ich hier lang gefahren bin 125er roller oder so und da wisst ihr ja da ist das teilweise bei den rollern ist die federung wirklich sehr gerade bei kopfstein pflaster sehr mies aber hier das ging ja fast wirklich wieder butterweich wir müssen einmal jetzt hier rumfahren weil das alles einwandstraßen hier sind und dann fahren wir zu meinem einen spot da mal sehen heute ist sonntag heute werden wahrscheinlich da sehr viele leute rumwurschteln ach so wir können auch ums dorf umfahren das vielleicht besser ich fahre mal ums dorf hier kurz rum fahren wir hier erst mal raus ja wir haben fast nein quatsch ich habe es gar nicht mitbekommen wir haben 1004 kilometer runter und ich habe jetzt bei louis ja er hat wieder mal nicht geantwortet auf meine nachrichten ja und bin ich musste dann wieder hinfahren um einen termin zu machen es ist wirklich schrecklich und jetzt habe ich donnerstag also heute sonntag und donnerstag habe ich den termin da sind ja einige sachen zu machen also anzubauen und sowas alles und da bin ich ja mal gespannt ich habe ja nicht so das vollste vertrauen zu der werkstatt weil sie ja schon bei der über übergabe meinen luftdruck nicht geprüft hatten und der 0,8 bar weh zu wenig auf beiden reifen war also das haben sie angeblich wird das ja zweimal gecheckt hat mir louis gesagt bevor das ausgeliefert wird also zweimal hat irgendeine schlafmütze das verpasst zu checken fand ich jetzt schon mal nicht so toll und da also ich habe da ehrlich gesagt keine großen erwartungen an diese werkstatt ja also klar damit sollte man immer nicht rangehen aber ja ihr ihr wisst ja was mir immer alles so passiert hier und ja donnerstag ist dann halt wie gesagt meine werkstatt ich bekomme dann irgendwie ein ersatzfahrzeug mal schauen und ansonsten habe ich erstmal noch nichts neues zu erzählen ich habe jetzt wie gesagt jetzt nur die boxen abgebaut eigentlich hatte ich gedacht dass sie jetzt am montag schon den servicetermin bekomme aber nein die sind schon wieder doch schon wieder jetzt ausgebucht und ich wollte eigentlich mit so wenig gepäck oder boxen wie möglich dahin fahren jetzt habe ich sie abgebaut jetzt sehen wir mal wie das alles ist ohne boxen nachher der kleine blöde fozi kann dann wahrscheinlich die boxen wieder nicht selber anbringen er ist immer zu blöd für sowas für die einfachsten sachen aber schauen wir mal vielleicht schaffe ich es ja und deshalb werden wir heute noch ein fotoshoot hier ohne boxen machen ich muss ja auch immer noch die gesamtvorstellung alles machen da habe ich ja ja wetterbedingt uns und zeitbedingt im moment noch keinen keine zeit gefunden und die für die vorstellung des bikes und das travel packs hat haben sich ja auch schon leute gewünscht das alles nochmal im detail zu zeigen und ja so schaut es aus jetzt waren wir erstmal die kleine kamera wird bestimmt bald wieder ausschalten ich habe ja immer noch keine usb stromverbindung hier die bekomme ich ja hoffentlich dann endlich am donnerstag und aber ich habe schon beim abnehmen der boxen gesehen oder gemerkt ja das ist mir gerade so aufgefallen dass die ja auch obwohl ich sehr aus plastik sind erstaunlich schwer sind erstaunlichen robusten eindruck machen also ich schätze mal so 30 40 kilo für alle boxen zusammen ist man schon weniger unterwegs würde ich jetzt mal so salopp behaupten wenn man die abbaut also da ist schon ein bisschen gewicht ist da schon dran besonders natürlich die top box ist auch um einiges wiegt auch einiges ja das ist mir so aufgefallen als ich die abnahm ja benzin verbrauch ach so das wollte ich auch noch erzählen brauche ich jetzt kein extra video dazu dann machen der erste ich hatte den ersten und den zweiten glaube ich gemessen direkt also mit was ich was ich getankt hatte also richtig effektiven benzin verbrauch also nicht das was auf dem display steht das war beim ersten mal also noch in der einfahrphase natürlich 3,78 liter das war das allererste allererste tank den ich gemacht habe und der zweite war glaube ich 3,88 liter schon wie ihr seht hier das display zeigt das schon viel anfang noch von meinem letzten trip hier in die berge also das kann durchaus hinkommen und ich habe auch gesehen dass das die anzeige auch denke ich mal relativ genau ist die ist natürlich ja hier immer durchschnitt ist ja klar und die benötigt ja dann immer ein bisschen zeit um sich da einzupendeln aber das kommt ganz gut hin also selbst deshalb werde ich das jetzt auch nicht mehr messen weil die anzeige wirklich ziemlich genau ist und die hat ja auch hier eine anzeige leider ja keine keine reichweite was ich ja auch ein bisschen komisch finde aber wir haben ja auch eine anzeige komischerweise was auf dem trip jetzt an litern verbraucht wurde das heißt wir haben 8,3 liter verbraucht ich habe ja theoretisch 13 liter 13,2 oder so im tank also müsste ich ja theoretisch noch fünf liter haben wir haben jetzt hier einen balken noch also das kommt glaube ich auch so alles so ungefähr hin also oder ziemlich genau hin und also damit kann man ganz gut leben mit den angaben natürlich wie gesagt restreichweite wäre schön haben wir auch die rolle alle warum der das nicht hat keine ahnung und theoretisch müsste noch fünf liter drin haben okay jetzt schwankt immer zwischen ein und zwei balken kann auch gut hinkommen für einen balken vielleicht so 33 liter noch drin und mit drei liter schön die bäume schlagen aus da würde man denn schätze ich mal auch so noch 80 kilometer oder wenn nachher der eine balken anfängt zu blinken mit dem reserve geschichte ich denke mal dass man da immer noch so 80 kilometer kommen weit kommen würde das sind so jetzt meine ganzen gedanken jetzt zum zum tanken und zur reichweite und so was alles also insgesamt hatte ich ja erreicht kommt man denke ich mal schon gut und gerne auf 250 kilometer ich denke mal wenn man alles ausfährt und so schöner baum hier bestimmt auf 280 vielleicht wenn man nur autobahn fährt oder so vielleicht kommt man sogar auf 300 kilometer mit einem tank das sind so die daten die ich euch sagen wollte ja so jetzt fahren wir mal zu dieser kleinen stelle da mal sehen hoffentlich sind da nicht so viele leute die mit ihrem auto proben oder so wo ich ein paar fotos machen wollte heute morgen war wieder super windig 50 kmh winde das geht jetzt die ganze woche erst mal so hat sich jetzt im moment ein bisschen abgeflaut deshalb bin ich unterwegs sonst wäre wieder zu hause geblieben ja das gibt es im moment hier so zu erzählen ach so mir fällt auch noch was ein nicht wieder ein extra video zu machen und dann nachher vergesse ich warum überhaupt das video machen wollte noch einen einen punkt der mir sehr aufgefallen ist die länger man natürlich das ding fährt desto weniger fällt einem das auf aber wenn man von anderen bikes wechselt oder roller und so was alles durch den breiten lenker ihr wisst ja schon ist ja sowieso hier immer die kurven geschichte sehr schön kurven verhalten aber was auch irgendwie wahrscheinlich teilweise auch noch damit einspielt mit dem wow das würde ich ja auch gerne mal fahren wollen das habe ich ja mal irgendwo im internet gesehen dieses leaning dreirad gefühl das ist ja geil das würde ich gerne mal der probe fahren ja ach so jetzt hätte ich schon beinahe wieder den fahren verloren aber ich habe ihn doch noch gerade so bekommen und zwar die spiegel ja sind ja natürlich standardspiegel und so alles okay aber besonders jetzt hier bei der xadv ist mir aufgefallen wahrscheinlich durch den breiten lenker wahrscheinlich durch die stellung nach außen man sieht wirklich alles in dem in dem spiegel natürlich sehe ich mich auch ja aber so viel wie in diesen spiegeln also es wie gesagt hängt ja nicht von den spiegeln sondern wahrscheinlich wie weit sie auseinander liegen habe ich noch in keinem anderen auf keinem anderen bike und roller bisher gesehen also ich kann wirklich alles sehen ich weiß noch bei meiner z900 da war das immer ein krampf die einzustellen dann habe ich hier die die autofahrer hinter mir nicht drauf bekommen wenn ich das so und so eingestellt habe also es ist nicht immer alles gleich und die hier wie gesagt man setzt sich rauf man guckt rein und sagt ja ist ja fantastisch ich sehe alles und das wollte ich euch noch sagen klar ist eine kleine sache wieder man kann sie ja auch dann irgendwie wenn es nicht passt andere spiegel und sowas alles kaufen aber da ich immer sowieso ein mensch bin der möglichst mit der standard ausrüstung leben möchte oder kann oder ja also finde ich diese spiegel wirklich ganz super toll ja das wollte ich noch zu den spiegeln sagen ein auch noch ein sehr positiver punkt der xadv so gehen wir golfspulen spielen spielen jetzt nehmen wir nicht ja ja 18 grad ja kann sein aber ja naja ihr wisst fahrt wenn sehr kalt aber wenn man sich gut ankleidet dann ist das alles kein problem und vielleicht sogar ein ticken besser jetzt so jetzt im winter als im sommer denn da wenn es dazu heiß wird dann kann man ja nichts mehr machen man kann sich ja gut schlechter in den helm abnehmen oder sonst was und zu heiße aber hier so im winter klar hände werden so langsam ein bisschen kalt da kann ich ja dann immer noch gut und gerne meine meine heizgriffe einschalten die ich auch schon also wenn die sonne runter geht so wenn dann noch in den abend hinein kommst die habe ich dann auch schon mal angewendet und das hat wirklich gut geklappt am anfang irgendwie auf volle pulle stellen und dann nachher auf ein oder zwei so ganz geringe stufe das war wirklich schön also schön dass man das hat hat oder hatte und ja das ist das zu den heizgriffen wenn man sie hat dann benutzt man sie auch so mal schauen ob wir da auch ein paar fotos machen können ohne dass da viel zeugs im hintergrund steht was ich immer nicht so mag oder irgendwelche laternen masten denn im hintergrund das bild verschalten und ich dann im photoshop was ich ja habe das alles raus experimentieren muss erst noch ein lotus elise oder wie der heißt da gibt es da jetzt um 9 gehört also dieses dreirad gerade also das fand ich ja heiß dieses teil dieses dreirad auto oder wie das heißt sowas würde ich ja gerne mal fahren und dennoch mit neigetechnik wahnsinn absoluter hammer aber da habe ich keine ahnung ich habe ja hier mit messerschmitt kontakt aufgenommen aber die haben ja solche dinger nicht die haben ja nur diesen kabinen roller die sie jetzt auch auf e-auto um funktionieren der war mir jetzt auch nicht so super angetan der mensch auch ein deutscher der arbeit oder der das da entwickelt hier in in spanien oder weiterentwickelt aber so ein dreirad ding da vor geben tut sie anscheinend vielleicht war das auch eine prototype keine ahnung so gleich müssen wir hier rechts schauen wir mal ob wir da durch die walachei kommen irgendwo geht es hier rechts wo geht es hier rechts wow dieser absprung der wird auch immer größer hier naja hier macht natürlich keiner was ist ja klar keiner da ist doch gut dann werden wir erstmal zur fotosession vielleicht dahin fahren ach da ist einer die machen liebe im auto gerade wahrscheinlich liebe im auto bau 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 so wir sind wieder da hallo ich nehme noch den zweiten teil auf ich fahre jetzt wieder zurück aber das wird ja wieder langweilig weil die strecke gerade schon gefahren sind deshalb werde ich auch wahrscheinlich gleich das video beenden so hoffentlich ein paar schöne fotos in der sonne gemacht und dann können wir jetzt wieder fahren gravel modus natürlich hier ist ja klar das sind die echten könner hier ich weiß nicht mal wie man gang einlegt so dann fahren wir jetzt wieder nach hause der letzte das letzte stück zurück wieder nach hause ein paar fotos gemacht und das war erstmal alles hier vielen dank fürs zuschauen das war motorfuß ihr bis dann